Die Bauarbeiten zur neuen Emscher Tribüne im Stadion Niederrhein haben endlich begonnen. Zur Zeit findet der Abriss der alten Tribüne statt. Danach werden noch Erdarbeiten für die Fundamente gelegt. Beim offiziellen Spatenstich vor drei Wochen schwang auch Oberhausens Oberbürgermeister die Schaufel. Das Niederrhein-Stadion ist, wie der Präsident von SC Rotweiß-Oberhausen zu Recht sagt, ein Kultstadion. Aber auch Kultorte, Kultobjekte müssen erhalten und weiterentwickelt werden. Deswegen freue ich mich, dass es uns jetzt gelingt mit dem Neubau einer Tribüne einen Beitrag für eine zukunftsfeste Weiterentwicklung des Stadions zu leisten. Das ist glaube ich etwas, was alle Fußballfreunde von Rotweiß-Oberhausen freut, aber auch die Stadt insgesamt. Sportdezernent Frank Motschul war vor Ort und sprach sich für die Investition aus. Ich glaube, es ist eine zukunftsträchtige Investition für den Verein und für die Stadt hier in Oberhausen. Von RWO-Seite bedankte sich Vorstand Herbert Jöring bei allen Verantwortlichen. Es hat ja lange gedauert, aber jetzt geht es tatsächlich wirklich los. Und es wird auch, denke ich, und ich bin davon überzeugt, wenn die Tribüne steht, weiterhin das schönste Stadion der Welt zu sein. In drei bis vier Wochen beginnt dann der eigentliche Aufbau der überdachten Stehplatztribüne. Auf dieser werden bald bis zu 3.100 Fans ihren RWO anfeuern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.